Ich dachte, jetzt kommt die Ultra-Attacke von dir. Also ich verstehe das nicht. Das sind sie selber schuld. Das ist unglaublich. Also, Dota 2 ist ja an sich so gesagt ein bisschen Dinger als Ding. Äh, ein bisschen Dinger als Ding. Ein bisschen abgeschwächtes League of Legends, aber Leute, äh. Was war das jetzt gerade eben? Das war gar nichts. Tja. So verliert man ein Spiel, Leute. Aber das muss ich nicht richtig sagen. Das ist vielleicht Spielschacht oder zwei einfach komplett falsch. Ich weiß es ja nicht, aber... Ich vermute mal, wenn einer gestankt wird und der hat, äh, noch zwei Leben oder was, dann nicht einfach den... Das ist meine Auffassung. Die muss ja nicht stimmen. Oh, geil. Haben wir noch einen Krieg gekriegt. Perfekto. Ja, geh rüber, damit die Tau auch noch kaputt geht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, Leute. Ja, von hier. Alter, die Ranch ist unmenschlich. Ey, du siehst den gar nicht. Das macht dir Schaden, ey. Alter. ich weiß nicht, wenn ich auf Weh drücke und mein Ding dahin mache, dann vermute ich mal als logischer Schlussverlochung das auch macht, aber wieso macht der es nicht? Ich hatte noch Mana, das weiß ich. Ach so, Roshan, da hat er es appeared. Too glad, Roshan, where is Roshan? Ready for leave, you're ready for... Vor allem, eh... Das ist doch scheiße so was, Leute. Perfekt, Leute. Perfekt, Leute. Ich bin immer noch... Da kann ich das... Ach, das kann ich nur im Shoppen, aber... So, was ist denn da? Wer soll denn da gestorben? Meine Güte, das ist doch unglaublich. Ja, das hätte ich liebend gern mal gemacht. Oh, ich fliege in alle in den Jungle. Nach dir. Ja, aber selber sagt da auch all mit und macht's nicht. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Und... Flood. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt für extra mit der Absicht vorbeige, oder... Ah, okay. Ach so. Pah. Jetzt kann ich noch das hochstufen. Das ist doch brutal, oh. Jetzt hör doch auf mit der Scheiße, ey. Da waren wir da drinnen und die... Ich versteh das nicht. Aber man kann immer wieder Scheiße aufhören. Was? Ja, und jetzt... Also hier mal stoppen. Na oh. Äh... Alter, dann steht ihr mit vollem Leben auf. Ja. Na ja, Leute. Eine Glanzleitung. Der Dire. Na ja. Wieso werden jetzt unsere Sachen... Äh... Fortified werden? Muss'n wir auch geben. Das ist einfach nur unglaublich, meine Leute. Meine Freunde. Also, seht ihr den hier nicht? Ja, das ist auch wichtig. Ja, das ist auch wichtig.